Ah, jetzt sind überall Chocobos, Alter. Bist du voll geil, Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Mario Party oder Arcade Games auf dem Halbpixel-Server. Mit dabei ist der Stegi. Hallo und der Tobi. Hallo. Ähm, wisst ihr, was ihr machen müsst? Oh Gott, das kann ich nicht so schnell erklären. Echt Glück. Versuch ganz schnell einen Bereich für euch zu markieren. Ihr könnt immer nur an, genau, Blöcke, die halt, ist schwer zu erklären. Hä? Ähm, du kannst immer nur Blöcke an deinen anderen Blöcken sozusagen markieren. Ja, was ist mein Block? Deine Farbe. Ach, pink, lol. Hä? Hä, nein, ich weiß nicht, was meine Farbe ist. Ja, pink ist meiner, ja. Es geht darum, dass du so einen größten Bereich markierst wie möglich. Ich weiß nicht mehr, was meine Farbe ist. Oh nein, guck mal, guck mal, meine Farbe ist schon eingebaut, Lila. Alter, wie so ein richtiges Opfer darf ich jetzt hier warten. Ja, meine ist auch fertig. Ich kann einfach nicht. Tobi, hier, hier. Oh, das hat jetzt der Blaue gemacht. Alter, woher weiß man denn die Farbe? Ich weiß es nicht. Ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, der erste Block, den ersten Block... Da, wo man draufsteht wahrscheinlich, ne? Aber ich bin sofort rumgelaufen. Boah, yo. Geht weg, Alter. Schweine. Ich fühl nicht mal. Schweine. Ich muss schnell da sein. Du bist so schlecht, Mann. Rot wird eh gewinnen. Gucken, was der hier für eine fette Fläche hat. Der kann sich alle Zeit der Welt lassen. Jetzt geht aber um die Zeit. Guckt hier. Oh, yo, stimmt. Och, Mann. Oh, ich bin nicht letzter. Yes. Wie habe ich das geschafft? Das ist ziemlich cool. Ihr fahrt jetzt mit dem Minecraft und ihr müsst immer eure Blöcke oben abschießen. Ist man automatisch im Minecraft, oder? War fett automatisch, ja. Das Problem ist, es laggt dann ein bisschen später. Also es ist richtig eklig manchmal, so was abzuschießen. Genauso muss man nicht schießen. Und auch die Geschwindigkeit ist richtig komisch, weil irgendwann wird es dann richtig schnell und so. Und das ist völlig unberechenbar irgendwie. Wer zu erklären ist, werde ich aber auch sehen. Ich treffe auch nicht. Das ist voll schwer. Es ist auch echt schwer. Also, ich treffe auch voll oft andere. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, genau. Weil das ist richtig schwer. Aber es macht richtig Spaß. LOL, legt es anders so schnell. Ich bin einfach der Letzte, ne? Wie ist das? Ich bin immer noch ganz hinten. Als wenn der nicht hecken würde. Ich treffe gar nichts. Ich auch nicht. Ja, zweiter. Ich habe dich gerade überholt. Ich war voll langsam. Oh, Mann, dieses Spiel. Hier müsst ihr in der Mitte Schweine angeln und in euren Topf da zurück angeln. Da gibt es einen Trick. Also, ihr werdet jetzt sehen, wenn ihr die Schweine zurück holt, landt ihr eigentlich immer zu 90% auf dieser Kante. Deswegen, wenn ihr sie zurück holt, dann nach hinten springen. Oder nach hinten laufen und am besten springen dabei. Aber auch dann klappt es oft nicht. Muss man nur einen Schwein holen, oder? Nee, nee, ich habe nicht so viel wie möglich, halt in der bestimmten Zeit dann. Ich schaffe das Teil nicht da reinzukommen. Ey, du musst nach hinten springen. Hab's. Trotzdem ist das nicht schwer. Superhäufig kraft für mich auch nicht. Oh, das war schön. Bei dir klappt das nicht, aber du bist doch so überkrass. Er kennt das Spiel halt nicht, ne? Merkst du das? Hä? Hä, was warst du mit den Pistons gerade? Ja, die sind hochgegangen und dann war es, glaube ich, schwerer, einfach das Schwein reinzuholen. Mann, ich schaff's auch nicht. Also, ich habe eines bisher. Eins habe ich ja. Es ist richtig lächerlich. Mann, es läuft immer wieder weg. Okay, ich habe zwei. Ich habe zwei. Drei. Komm jetzt, Mann. Jawohl. Ja, jawohl. Ich habe drei, okay. Geht es noch weiter? Ah ja, Leute, es geht noch weiter. Ich dachte, es ist vorbei. Ich führe, ich führe, Leute. Ja. Oh Gott, ey. Man, wegzulaufen, du dummes Schwein. Ich bin behindert. Ich habe Schweine, Mann. Meins. Nur zum Essen, dann sind die geil, wie. Oh, perfekt. Ich glaube, das ist mein Sieg. Komm schon. Ja, ich habe sechs Sterne. Wie viele Sterne habt ihr? Drei. Ich weiß nicht, wie viele. Was? Wo sieht man das? Ähm, hier müsst ihr ganz schnell Tiere töten. Die Minustiere auf gar keinen Fall, weil die geben richtig viele Minustiere. Ich glaube, das sind prozentuale Anteile. Welche Minustiere? Was sind Minustiere? Willst du es sehen, willst du es sehen. Ah. Boah, jetzt sind überall Chocoboos, Alter. Das ist voll geil, Alter. Oh, nee, ich habe Minustiere getötet. Die sind echt schlimm, weil die geben dir irgendwie Minusprozente. Also such an, die kann 50% oder so. Dann kannst du eh aufgeben. Oh, ich räume durch dich ab. Nein, ich habe Minus hier. Glaube ich. Ich weiß es auch nicht so recht. Es gibt auch Kühe, die geben fünf, aber ich sehe gar keine Kühe gerade. Also das ist halt auch ein bisschen Glückssache, so wo die Viecher spawnen. Ah, hier, Kuh. Sehr schön. Oh, die habe ich. Hier die Kuh. Oh, ja, war eine Kuh. Hobi führt, oder? Ah, nee, Vini führt. Oh Gott, ich bin ganz hinten. Nee, ich bin dritter. Nein, ich habe einen Minuspunkt. Und schon bin ich zweiter. Oh Gott, nein. Oh, er ist gerade verkalkt. Ich denke. Oh, das war richtig knapp hier mit den Minusflüchern. Vini ist wieder. Ja. Oh, nee. Habe ich gewonnen? Nee. Aber ich habe dich noch überholt, Stigi. Ähm, der ist jetzt ein bisschen doof, finde ich. Hier müsst ihr Fledermäuse treffen. Es gibt solche Spots, wo echt viele spawnen. Also werdet ihr gleich sehen. Also ich sage, da haben halt Leute irgendwie mit irgendwelchen Hexen, wo das ist ein Scheiß, solche Vorteile. Ich habe noch gar keine getroffen, einfach. Ich auch nicht. Ich habe es noch gar nicht probiert. Wie die einfach alle Punch Me heißen. Läuft. Ich hasse das Spiel. Ja. Okay, ich habe zwei. Ich habe eine. Dann haben wir schon sieben. Ich habe einfach sieben. Hier sind einfach so viele manchmal. Und manche haben so viel Glück und dann sind einfach in den richtigen Spot, wo einfach die Viecher spawnen. Hä, geht doch die Leitern hoch. Oben ist viel einfacher. Ja, ich fall da immer. Geh weg, Stigi. Ah, hi. Oh, nee. Jetzt kriege ich gerade voll wenig, glaube ich. Ich treffe keine. Ich treffe die auch nicht. Ich bin einfach Commander Krieger, ey. Ich, Alter, ich geh jetzt. Oh, da wie vieler spawnen einfach. Komm schon. Punch Me. Ich treffe keine. Komm, sterb, sterb, sterb. Jawohl, ich habe gewonnen. Oh ja, der Boss. Wie viele Sterne habt ihr? Fünf. Das ist ganz cool. Ihr müsst euch unter Blöcken verstecken. Von oben werden Schneebärler runterfallen. Und dann halt immer ganz schnell verstecken. Ich glaube, später wird auch irgendwann PvP aktiviert. Dann kann man es eh vergessen zu überleben. Dann ist das ja wieder relativ Glückssache, Knockback und so Zeug. Also wird schon noch schwerer, keine Sorge. Das ist aber auch ganz cool. Ich finde, das ist vergleichbar mit diesem Ambo-Spiel. Versteht man jetzt? Ja. Vergleichbar mit dem Ambo-Spiel. Das ist voll blöd, man sieht halt auch nichts, wenn die Leute so in einem drinstehen. Ich habe immer voll Angst, dass ich nicht ganz unter dem Block stehe. Ich habe jedenfalls halt Angst, dass ich nicht richtig drunter stehe und einfach sterbe. Ja, ja. Ich habe keine Angst, weil ich der Beste bin. Achso, okay. Ich hoffe, du stehst als erstes. Bitte nicht, Alter. Jetzt bin ich blöd. Oh, jetzt habe ich gerade Angst. Ja, hat geklappt, aber. Wie bei euch. Hallo. Oh Mann, ich hätte so lustig, wenn jetzt einer von uns rausfliegt. Oh Gott. Easy. Geh doch weg, weg jetzt. Ja, okay, hat geklappt. Ja, ich war der Erste. Natürlich nicht. Bucht euch ja euer eigenes Unterkunft. Oh Gott. Oh Gott. Oh, was ist das? Oh Gott. Du hast richtig gedrückt, Alter. Ja. Oh Gott. Oh. Aber jetzt. Oh Gott. Oh Gott, stehe ich ganz drunter? Einer ist vorbei. Jawohl. Jawohl. Nein, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, hat geklappt. Nein, 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 nein. Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh mein Gott. Hast du gesehen, mich vorbeigesleidet bin und euch? Oh Mann. Easy. Oh. Das war so knapp. Wo ist's? Nein. 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 Oh, Alter. Oh Gott. Jetzt ist PvP an. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ich kriege ihn doch einfach raus. Oh, nice. Oh Gott. Übertreibt. Ist er schon fertig? Ja. Ja. Nee, okay. Jetzt geht's noch weiter hier. Don't take the lava bath. Ähm, das ist ähnlich wie Splann nur ohne Items. Und, ja. Das war's. Einfach halt rumlatschen. Aber das finde ich... Aber man kann doch nichts abbauen. Nee, nee. Okay. Also ich fand's früher cooler, ähm, weil ich glaube, ich weiß noch nicht mehr auf welchem Server das war. War das Mario Party, wenn die Dinger dann immer so einen Sound gemacht haben. Ich fand den Sound so cool immer. Wenn die so ganz schnell dann weggingen, dann wurde es ja richtig laut. Aber es hat sich cool angehört. Das war so Feuerwerk-Sound. Ich war relativ... Nein! Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ich bin gegen die Ecke gesprungen einfach. Ja, ich werde auch. Ich bin down. Ja. Weiter. Oh Gott. Ich war so schlecht. Da war ein Mäh drin. Schwache Leistung, schwache Leistung. Bootstrennen. Oh Gott. Das finde ich scheiße, ist Tegi mit Buggy und alles. Versucht euch recht zu halten. Also irgendwann gibt es so eine Gabelung, glaube ich, und links ist fake. Okay. Wer jetzt unvermängtes wissen würde. Hä? Die wurde einfach hochgebugged wieder. Mann. E-Ni, die rass mir raus. Ich bin hier drin? Ich seh dich nicht? Ich chill hier gerade einfach so und fahr so entspannt runter. Wahrscheinlich hat Stegi uns jetzt eh verarscht und rechts ist einfach nichts. Nee, nee, ich glaube, ihr müsst rechts fahren, ich weiß es selbst nicht. Ja, ich bin wieder ganz oben, ist voll komisch. Lol, echt? Opfer. Ja. Du bist, du bist aber rechts auf dem Scorber, bist du Zweiter? Trotzdem nicht, wie ihr das so. Ich bin der Erste. Jawohl. Das kenne ich gar nicht. Ah doch, da musst du immer springen und versuchen, in der Luft solche Items einzusammeln. Ich glaube, da gibt es noch Spinnweben, da kannst du höher springen und die Roten erwischen. Sonst sind die Roten nicht... Achso, Blöcke muss man da holen? Genau. Gelb ist halt mehr wert als grün und Rot ist das meiste. Aber Rot, wie gesagt, nur durch diese Spinnweben-Booster. Anni, muss man gar nicht schlagen, man muss einfach nur durch. Nee, einfach nur durch, ja. Okay. Ich bin voll durch die Spinnweben durch, aber es hat nichts gebracht. Ja, bei ihm schon. Genau. Und wieder. Ich schlage einfach trotzdem die ganze Zeit. Einfach, wenn du mir das jetzt gesagt hast, glaube ich das. Oh, Spaß, ich gehöre auch nicht auf damit. Das ist einfach sowas. Mache ich jetzt automatisch. Oh ja. Oh, jo. Ach, Mann. Ich habe gerade am Ende den Roten bekommen. Oh, es wird sogar richtig knapp. Ich glaube, ich bin Erster sogar noch. Oh ja. Oh ja. Ein Punkt. Ein Stern. Krass. Ich fand, es war voll schnell vorbei. Ich weiß nicht, wollen wir noch vielleicht die anderen machen? Wie lange hat es jetzt gedauert? Elf Minuten. Ich würde mal sagen, was würdet ihr sagen? Ich sage lieber gar nichts. Also ich bin eigentlich zufrieden. Elf Minuten. Wir haben ja noch Material von den anderen Mario Partys. Ja, okay, stimmt. Also, das war es dann. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaut bei Vini vorbei. Schaut bei Tobi vorbei. Beide Links in der Beschreibung. Und bei LilyCraft. Und bei LilyCraft. Sie ist auch in der Beschreibung. Das wird jetzt voll zum Running Gag. LilyCraft. Also, das war es dann. Tschüss. Tschüss. Trittler müsste ich werden. Bist du hinten, oder? Ja. Oh Gott. Was? Ihr seid so easy. Lang. Ihr hättet nicht weiterlaufen dürfen. Ich habe es auch geschafft. Alter. Ich war übertrieben schlechter. Dingplayer. Stegpack ist Standard. Dafür ziehe ich euch mit Würfeln ab. Achtung. Hä, wann geht es mal los? Frag ich mich auch schon. Ich weiß nicht, das hängt glaube ich gerade. Hä? Geilo. Aber ich sehe Tobi sich bewegen. Warum ist Tobi eigentlich grün? Weil ich Luigi ausgewählt habe. Achso. Hast du echt? Klar. Man kann einfach nicht würfeln. Ich will eine Kissi. Eine geile Runde hier. Ihr läuft. Hä? Ich habe Angst. Ich bereite mich die ganze Zeit darauf vor, weil ich direkt dann klicken möchte. Und dann verpasse ich eh den Start. Oben steht immer noch Minispiel Red Light, Green Light. Wann geht es denn weiter, Mann? Ich bin auch oben. Nein! Oh mein Gott. Hast du das gesehen, Tobi? Nein, nicht mehr. Ich bin genau am Rand von der Plattform hier runtergefallen. Oh nein. So, das war es jetzt wieder mit der Runde. Nein, oder? So, das war es auch schon wieder mit der Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung dalassen oder auch einen Kommentar schreiben. Ansonsten könnt ihr gerne bei Tobi oder Stegi vorbeischauen, falls ihr die beiden noch nicht kennt. Außerdem könnt ihr bei der Bedwass-Runde vom letzten Mal vorbeischauen, wo die beiden auch dabei waren. Die ist jetzt hier verlinkt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.